Was Sie nicht sehen, kann Ihnen schaden. Durch Tröpfcheninfektion entstehen Grippe, Erkältungen, Atemwegsinfektionen, sogar Tuberkulose. Der Einsatz von Sprühdesinfektionen ohne angemessenen Schutz führten im Gesundheitswesen zu asthmatischen Erkrankungen. Die Passform des Mundschutzes ist entscheidend. Studien zeigen, dass 38% der Durchlässigkeit bei Masken auf die schlechte Passform zurückzuführen ist. Auch CDC, die amerikanische Gesundheitsbehörde, erkannte, dass eine bessere Abdichtung im Randbereich der Maske entscheidend ist. Tun Sie schon alles Mögliche, um sich zu schützen? Wenn Sie keine Maske mit SecureFit-Technologie tragen, ist die Antwort leider Nein. Untersuchungen an Universitäten beleben. SecureFit bietet den dreifachen Schutz einer Standardmaske. Unser patentiertes Design zeichnet sich wie folgt aus. Zweifache Aluminiumstreifen über der Nase und unter dem Kinn vermeiden Öffnungen im Randbereich. Es erhöht die Schutzfunktion und reduziert erheblich das Beschlagen von Brillen trotz maximaler Atmungsaktivität und maximalen Tragekomfort. Wie? Mit unserer einzigartigen 1-2-Dichtmethode. Zuerst befestigen Sie den oberen Streifen über der Nase mit Ihren Fingern. Ziehen Sie die Maske nach unten. Dann drücken Sie den zweiten Streifen unterhalb des Kins zusammen, um Öffnungen am Rand der Maske zu vermeiden. Durch das neuartige Design hebt sich die Maske währenddessen von selbst leicht vom Gesicht ab. Das Ergebnis maximaler Schutz, Tragekomfort und Atmungsaktivität. So ist es kein Wunder, dass SecureFit in einer nationalen Umfrage USA in jeder Kategorie die besten Werte erzielt hat. Sehen Sie, wie sich Sicherheit wirklich anfühlt. Testen Sie den Unterschied. Fordern Sie hier Ihr kostenloses Muster an. Testen Sie den Unterschied.